Wir produzieren richtigen Most. Wenn wir das Produkt hier anschauen, Sommersbee, das als Apfeldrink verkauft wird. Wenn wir schauen, was es hier drin hat. Es ist ein Glas Wasser, es ist ein Glas Würfelzucker, es ist ein halber Kiwi und ein Apfelschnitz. Mehr hat es hier drin nicht und das darf heute ganz legal als Apfeldrink verkauft werden. Das ist nicht in Ordnung. Ich setze mich ein für die Qualität für Obst aus so wunderschönen Obstgärten, wie den Ständeratsmost, wo man bei mir an jedem Stand ein Glas oder eine Flasche holen kann. Ich setze mich natürlich gegen so einen Beschiss ein und dafür kandidiere ich auch für ein Ständerat.